und zuerst und zuerst und zuerst war das zuerst hast du das spiel von vorne angefangen gehabt dachte du hattest mit ja das habe ich auch noch von vorne weil zu dritt hat es übelst geleckt ich habe es auch schon mal zu zweit gespielt da war alles okay aber zu dritt war übelster leg ja ich habe noch mal wie gesagt ich habe noch von vorne waa 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 oh beim ersten mal waren wir zu dritt da ging es dann wurde es von mal zu mal schlimmer ja das ist anscheinend noch so ein nintendo ding denke ich mal aber weiß ja dass die server da teilweise ist jawohl nice so oh gott dann ich diesen da jetzt ach scheiße eine hat noch gefehlt haben wir sehen kacke egal die level sehen ja so lustig aus dschungelrunde für everyone oh gott eine scheiße da war egal wir haben ja noch mal das glück dahin zu dürfen ddd dd 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 denke an die gespeicherte blume ja stimmt dd 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 d Waa! Komm jetzt! Jetzt, chugga, 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 chugga! Yes! Nice! Wow! Wow! Aaaaaah! Hahaha! So get ready, wir kennen das nicht! Ja! Aber ich! Pommes! Nein! So get ready, oh ja! Oh ja! Oh ja! Aber jetzt haben wir ja den, äh, Dings... Stern! ... Er... ... ... Oh, oh Gott. Safe. Nein. Woo. Yes. Nice, Inge. Sehr schön. Wunderbar. Ah, ist das schön. Wie viele Welten hatten eigentlich Super Mario 3D World, war so. Just for info. Oh, oh. Macht der nix? Doch gleich, ne? Hä? Ah, okay. Das erste Versteck der Feuerbrüder. Okay. Ach du liebst bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Ah, wir haben noch was gespeichert. Jawohl. Ja, spring doch runter und machen wir den Stern vorbei. Äh. Vier... Äh. Hä? 40? Was 40 plus? Welten? Nee. Nee. Ja, jetzt nur zum Durchspielen. Ohne Bonus und so weiter. Ah, 10. Okay. Also, also Level sind's, mhm, okay. Sind's 40 und Welten sind's. Ja, okay. Alles klar. Gut zu wissen. Alles klar. Ich habe gesagt. Eben habe ich schon gedacht. What? 40 Welten. Oh, okay. Da sind wir ja ganz gut dabei. Da sind wir ja ganz gut dabei, ja. So. Abenteuer in den Trampolinbergen. Oh, Trampolinberge. Das hier hört sich doch nice an. Wahrscheinlich aber nicht. Uhuhu. 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 Da-ba-ba-da-ba-ba-da. Ba-ba-da-da-da. Shit. Jawohl. Uhuhu. 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 Nein, ich will nicht springen. Lass mich runter. Lass mich runter. Oh, scheiße. Nein. Oh Gott. Ja, toll. Ja, toll. Hope you're feeling happy now. Oh Gott. Baba. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba. Baba. Komm. Ja, komm, noch ein Stückchen. Komm. Ja. Yeah, Baby. So muss das. Es reicht nicht. Ich bin bei dem ersten Bonus-Level. Bei der ersten Bonus-Welt. Das soll ja richtig... Also die sollen ja richtig schwer sein. Oh, habe ich jetzt gleich kein Leben mehr mit Peach. Muss ich dann wieder auf jemand anders wechseln? Oh, das wäre natürlich... Ah, geil. Dann haben wir wieder ein Level-Up. So, komm, wir probieren es nochmal. Nein. 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 Oh. Kacke. Oh, oh, oh. Cool. Ach, komm schon. Kann ich mich an so ein Hasslevel bei Crash Bandicoot erinnern? Oh. So. Sehr schön. Und kannst sie dann weiterspielen? Ah, okay. Ah, okay. Alles klar, dann müssen wir da auch Bescheid. Aber wir gehen mit unserer Prinzessin nicht... Eigentlich hasse ich Peach, ne? Peach ist so eigentlich mein Hasscharakter. Tatsächlich. Weil jedes Mal lässt die dumme Kuh sich entführen. Gut, diesmal nicht, diesmal sind es die Fäden. Nein. Nein. Aber es stimmt schon. Die hat mir auch jetzt hier schon den einen oder anderen Arsch gerettet. Das ist schon richtig. Durch das, dass sie halt kleiden kann, ist das schon extrem nice. Super schlimm. Riecht davor abgekackt. Es gibt ein Trick, wie man die höchste Lebensanzahl relativ schnell bekommt. Oh, wahrscheinlich bei irgendeinem Level, wo man dann viel Dings farmen kann irgendwie oder so. Ich finde sie echt am besten mit der Funktion. Absolut. 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 Hat einer von euch Little Nightmares 2 gespielt? Boah, das war auch... Ah, das war ein Spiel. Puh, Holla, die Waldfrey. Das war so Trial and Error-Gedönse. Boah. Also der erste war ja noch ganz geschmeidig. Der zweite. Er hat mich echt böse aufgeregt. Habe ich gerade auf dem YouTube-Kanal meinen Stream hochgeladen, als er so zerhackstückelt. Ey, da war ich gut am Ragen. Yes. Nice. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Oh. Nein. Hat er mich tatsächlich noch kaputt gekriegt? Oh Gott. Ja, hier zum Beispiel. Da ist es super. Gehst du jetzt... Ach, du ahnst es nicht. Oder hier jetzt zum Beispiel. Oh Gott. Ja. Nein. 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 Du kannst doch schießen. Ja, bin ich blöd. Oh, wie schade. Aber immerhin kannst du die Stellen behalten. Ah. Immerhin versuche auch die Übrigen Stellenzeiger. Ja, dann. Kann ich da nochmal? So, wir probieren es nochmal. Okay. Okay. Haha. Okay. 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 So, ich hässer um es aufzunehmen. Boah. Okay. Okay. Ja! Oh Gott! Scheiße. Boah. Hures Glück jetzt grad. Ohoho. Last one. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nice. Sehr geil. Ja, lautstuhl, du musst mehr rennen. Ja, das höre ich auch immer. Oh no. Kannst du auch schießen. Ja, man vergisst es immer wieder. Oh, naja, egal. Wir haben sie ja jetzt. Sehr schön. Wunderbar. So. Äh. Oh. Boom. So, die Welt machen wir jetzt noch. Smooth. Nice and slow. Und dann. Was ist das jedenfalls? Heute. Heute. Vielleicht heute Abend dann nochmal mal gucken. auch noch nicht safe. Und dann vielleicht auch mit dem anderen Spiel. Wenn das ja vielleicht mal. König der Löwen. Aber bist du bei Nintendo? Yes. Nice. Scheiße. Ah, Mist. Er ist so gern mitgenommen. Quasi, das war ja das. Ach so, ja. Ich hätte mich noch draufstellen müssen. Ah, blöd. Ja. Ah, wir sitzen in mit dem Namen können. Oh Gott. ok ok oha die ganz family jetzt am start da dürfen wir wahrscheinlich nicht dran an die feuerbälle nein Nein. Ah. Shit. Okay. Okay, okay. Oh, nein. Nein. Nicht nur mal... Freude. Ich will die mir gleich in die Hand nehmen. Das ist mein Problem. Ach. Viel zu früh gesprungen. Come on. Wir haben nichts gespeichert. Scheiße, haben wir wieder auch nicht gekriegt. Heieiei, was ich stelle aus, was ich stelle aus. Jetzt sind wir auch noch klein. Das wird doch nichts. Aber hier können wir... Hier können wir eventuell noch mal... Aber so nicht... Ach, kacke. Nein, Peach. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Mir... Ja, komm. Mir ist jetzt noch mal fort. Mir machen noch mal. Du darfst noch mal ran. Wir sind ja nicht so. Gut, dass das nicht so groß ist, das Level. So, darfst du mal ran. So. Oskar Rumpels Lava versteckt. Du bist schon. Ich rufe mit so kurz. adaptsal. Und da kommt es nicht so schnell. Das hilft, es heilt das. Und des Fifth algúnefiled. Sie blasten lassen. Ich stelle nur hinten rein. Du darfst zuürzen drei Achten. Sie Idee Voyager. nice so So, ich muss noch mal gucken, dass man das gedeichselt hat. Ich weiß nicht, bitte. Nein, nein, ah, Kacke. War eigentlich gut, der erste hat man gut platziert gehabt. Oh, und das? Oh, okay. Aber wenigstens noch ein Pilz gespeichert, immerhin etwas. It's something. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, 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 ja. Kacke, wir können es ja, wir können es ja. Ja, komm, du kannst ruhig runterrollen. Haben wir auch gewonnen. So. Oh Gott. Nein. 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 Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Okay. Cool. 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 Okay. Aha. Oh mein Gott. Locker. Locker durch die Hose. Scheiße. 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 Nein. Ach komm. Ich wollte es noch einmal. Yes. Yes. Ja. Nice. Okay. Ah. Sehr schön. Sehr gut. September 12. Ba 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 ba. Jawoll und Fee 4 wäre jetzt auch frei. Juhu. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So, die neue Welt. Gucken wir uns aber trotzdem nochmal an. Hallo, kleine Fee. Ja. Wo führst du uns denn hin? So, dann gucken wir doch mal. Auf geht's. Auf geht's. Oha. Ja. Welt 5. Aha.